In diesem Video schauen wir uns an, wie man ein KI-Produkt entwickelt. Dabei gehen wir insbesondere auf die Methode ein und auf die einzelnen Elemente, die in so einem Entwicklungsprozess vorkommen. Zuallererst die Methode. KI-Produkte sollen immer agil entwickelt werden. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil KI-Produkte komplex und unvorherbeziehbar sind. Man braucht ein ganz hohes Maß an Flexibilität. Man muss sich an neue Gegebenheiten anpassen, sei es, dass man Daten nicht bekommt, dass man andere Mitarbeiter einsetzen muss und muss eben spontan reagieren können. Bei einem Wasserfallmodell muss jede Phase zuerst abgeschlossen sein, bevor dann die nächste beginnt. Die agile Methode erlaubt eben, dass man kurze Iterationen macht und Anpassungen im gesamten Entwicklungsprozess vornimmt. Es gibt sehr viele verschiedene Vorgehensweisen, wie man jetzt so ein agiles Projekt durchführen kann. Eines ist das sogenannte CRISP-DM-Framework. Das CRISP-DM-Framework gibt es bereits seit 1996 und ist branchenübergreifender Standard. CRISP-DM ist eine Abkürzung und steht für Cross-Industry Standard Process for Data Mining. Der CRISP-DM-Framework hat insgesamt sechs verschiedene Phasen. Ich möchte gerne auf die einzelnen Phasen mit Ihnen eingehen. Das allererste und das wichtigste überhaupt ist ein gutes Business Understanding. Was für eine Fragestellung, welches Geschäftsziel möchte ich denn mit der KI einfach lösen? Eine KI einfach einzuführen, um eine KI einzuführen, hilft uns nicht weiter. Wir brauchen also ein ganz klares Verständnis für die fachliche Fragestellung. Möchten wir den Umsatz steigern? Möchten wir die Verweildauer steigern auf einer Webseite? Möchten wir Cross-Selling betreiben? All das kann eine fachliche Fragestellung oder ein Geschäftsziel sein, das wir in dieser frühen Phase klären müssen. Ganz wichtig ist auch, dass wir den finanziellen Mehrwert definieren, also eine Kennzahl damit hinterlegen. Zehn Prozent mehr Umsatz oder eine höhere Verweildauer in wie viel Minuten oder in welcher Kennzahl gemessen. Was ist unser Ziel damit? Der letzte Teil in diesem Business Understanding, in dieser ersten Phase ist, dass ich mir mein Projekt zurechtlege. Und da ereignet sich sehr gutes Projekt Canvas, was häufig in Workshops mit ganz verschiedenen Abteilungen initiiert wird und eben verschiedene Perspektiven von diesem Projekt sich anschaut. Also was sind meine, welche Inputfaktoren brauche ich? Was möchte ich nachher als Ziele erreicht haben? Und einen groben Projektplan mit einem Finanzplan erstellt. Die zweite Phase ist das Data Understanding. Wir haben jetzt also verstanden, was wir erreichen wollen. Jetzt müssen wir schauen, welche Daten können wir denn nutzen? Welche Daten sind relevant für unser Business Understanding. Wir müssen die Daten untersuchen. Eine explorative Datenanalyse. Also was ist der Mittelwert dieser einzelnen Daten? Welche Datentypen habe ich drin? Was für Anpassungen muss ich denn nachher vornehmen, um mit diesen Daten arbeiten zu können? Ganz wichtig ist auch die Datenqualität. Ein KI-Modell oder ein KI-Projekt ist nachher nur so gut wie die Qualität seiner Daten. Daher muss man darauf ein besonderes Augenmerk legen. Wenn wir die Daten verstanden haben und ausgewählt haben, geht es in die Phase der Datenvorbereitung, Data Preparation. Und da trifft man typischerweise auf einige Herausforderungen. Zuallererst muss man auswählen, welche Daten möchte ich dann verwenden. Und hier ist es wichtig, dass man, wenn man zu viele Daten auswählt, hat man nachher ein riesengroßes Modell. Auf der anderen Seite, wenn man zu wenig Daten auswählt, verliert man Informationen. Vielleicht muss ich nicht alle Kundendaten für meine Aussagen verwenden. Vielleicht muss ich nicht alle historischen Abverkaufsdaten für meine Prognosemodelle verwenden. Hier geht es darum, eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Dann geht es in die Datenbereinigung. Was mache ich mit fehlenden Werten? Was ist mit Duplikaten, die ich in den Werten habe? Wie gehe ich mit diesen Datenfehlern im Datensatz um und bereinige die? Zu guter Letzt kann es sein, dass ich neue Merkmale ergänzen muss. Das sogenannte Feature Engineering, weil ich dann eben meine Modelle deutlich besser und schneller damit trainieren kann. So, wenn ich meine Daten angepasst habe oder vorbereitet habe, kommt man in die eigentliche Phase des Modeling. Und hier geht es jetzt darum, das passende KI-Modell passend zur Fragestellung, zum Business Understanding, passend zu den Daten auszuwählen, damit dieses auch trainiert werden kann. Also Auswahl des richtigen Modells. Und wenn ich dieses Modell dann ausgewählt habe, muss ich es trainieren mit den Daten, die ich davor vorbereitet habe. In der fünften Phase kommen wir dann dazu zu bewerten, wie funktioniert denn eigentlich die KI. Das hat zwei Phasen, diese fünfte Phase. Und zwar einmal bewerten wir die Modellgüte. Das ist ein statistisches Vorgehen, wo man einfach überprüft, was, wie gut trifft mein Prognosewert, meine tatsächliche Nachfrage beispielsweise. So, jetzt kann das Modell aber super, super fit haben, super statistisch Modellgüte aufweisen. Aber wir müssen eben auch noch zeigen, dass wir damit tatsächlich unsere Geschäftsstile erreichen können. Deswegen muss man das Modell pilotieren und eben in die Anwendung bringen. Wenn der Pilot dann erfolgreich verlaufen ist, kann man diese KI im Geschäftsprozess nutzen. Dazu funktioniert es aber nicht einfach eins zu eins, dass man das einfach in den Prozess übernehmen kann, sondern man muss gewisse Anpassungen an den Prozessen vornehmen. Genauso muss ich die Mitarbeiter mitnehmen. Ich brauche ein Change Management. Ich muss ein Verständnis für die KI-Lösung schaffen. Ansonsten wird es einfach später nicht genutzt. Und zu guter Letzt muss ich das Ganze überwachen und warten. Es werden immer wieder Anpassungen erforderlich sein und eben neue Informationen wieder eingeführt werden müssen. Das sind also die sechs einzelnen Phasen des CRISPR-IM-Framework. Wir werden im Folgenden die einzelnen Phasen genau vorstellen und auf jede einzelne Phase detailliert eingehen.